Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du auch heute wieder dabei bist und wieder eingeschalten hast zu einer neuen Episode. Und heute geht es um ein Thema, mit dem ich ganz, ganz früh in meiner Selbstständigkeit in Kontakt gekommen bin, nämlich diesem tollen Phänomen des passiven Einkommens. Das passive Einkommen ist für viele Menschen ein interessantes Thema und das sieht man zum Beispiel auch schon an den Google-Ergebnissen, denn es gibt über eine Million Ergebnisse, die Google anzeigt, wenn man nach passives Einkommen sucht. Also viele Menschen scheinen sich dafür zu interessieren, möglichst im Schlaf oder Cocktail schlürfend auf den Seychellen den Winter zu verbringen, während sie das Bling-Bling ihres Kontowäckers wahrnehmen. Aber ist das tatsächlich so einfach mit dem passiven Einkommen? Ich möchte mit dir in dieser Episode darüber sprechen, warum meiner Meinung nach passives Einkommen eine Lüge ist und warum das mit dem Reichwerden ohne viel dafür zu tun nicht ganz so einfach funktioniert. Welche Möglichkeiten es aber dennoch gibt, nicht dauerhaft aktiv für einen Umsatzzuwachs arbeiten zu müssen. Ich freue mich, wenn du bei dieser Episode dabei bist. Wir hören uns gleich bei Alles im Griff im Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Dirke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen hier bei dieser neuen Episode. Wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit dem Thema passives Einkommen und zunächst möchte ich ganz gerne klären, was denn überhaupt passives Einkommen bedeutet. Wikipedia schreibt dazu, passives Einkommen ist Einkommen, das automatisch mit minimalem Arbeitsaufwand verdient oder erhalten werden kann. Es wird als progressives passives Einkommen bezeichnet, wenn der Verdiener wenig Aufwand aufwendet, um das Einkommen zu steigern. Also einfach ausgedrückt bedeutet das ja nur, dass im Gegensatz zu aktivem Einkommen der Verdiener nicht seine Arbeitsleistung im direkten 1 zu 1 Gegensatz zum Erhalt von Einkommen einsetzt. Also, aktives Einkommen bedeutet Arbeitseinsatz gleich Geldertrag und bei passivem Einkommen gibt es eben auch Geldeinnahmen, ohne dass direkt ein Arbeitseinsatz gegengerechnet werden muss. Ja, was bei dieser Wikipedia-Definition, die ich dir eben genannt habe, aber auch schon deutlich wird, ist, es geht hier eben nicht ganz ohne Arbeitsaufwand, sondern der Unterschied liegt in der, wie soll man das sagen, Stetigkeit des Arbeitsaufwandes. Und wenn also die Rede vom passiven Einkommen ist, dann denken eben viele an dieses Geldverdienen im Schlaf und dass sie nichts dafür tun müssen, dass Geld in ihre Kassen gespült wird. Und ganz ehrlich, das ist mir, wie gesagt, am Anfang meiner Selbstständigkeit auch begegnet, dass es Menschen gab, die gesagt haben, Ja, ja, du setzt einfach auf passives Einkommen und dann brauchst du nicht so viel zu arbeiten und das geht ganz easy peasy und ja, ja. Es ist aber eben nicht so, dass dieses passive Einkommen einfach auf meinem Konto landet, ja, weil es mich gibt, weil ich da bin, auch wenn das sehr schön wäre. Aber das ist wohl unrealistisch, sondern faktisch musst du ja immer zunächst eine aktive Arbeitsleistung erbringen. Also es muss ein gewisser Aufwand betrieben werden, damit überhaupt diese passive Einkommensquelle entstehen kann. Dennoch hat aus meiner Sicht, und da werdet ihr mir oder da wirst du mir sicher auch zustimmen, hat das Erschließen von passiven Einkommensquellen eine Menge Vorteile, ja. Also der eine ganz, ganz große Vorteil, der entscheidende Vorteil ist die Unabhängigkeit. Das heißt, beim passiven Einkommen findet ja dieser Austausch zwischen Arbeitsleistung und Geldertrag nicht unmittelbar statt, sondern passives Einkommen ist schon mit weniger zeitlichem Aufwand, der auch noch zeitlich unabhängig erbracht werden kann, also nicht im Rahmen von festen Arbeitszeiten oder eines festen Arbeitsplatzes erreichbar. Und das heißt eben auch, dass die Erschließung dieser passiven Einkommensquelle theoretisch von überall und zu jeder Zeit stattfinden kann. Und darüber hinaus sind auch die Höhe und die Dauer der passiven Einkommensquelle im Gegensatz zu aktivem Einkommen nicht festgelegt. Also das ist eine tolle Möglichkeit, völlig unabhängig von irgendwelchen Zeiten oder Limitierungen eine Einkommensquelle zu erschließen. Der zweite Punkt ist die Sicherheit. Das heißt, der Aufbau einer zuverlässigen passiven Einkommensquelle als zusätzliches Umsatzstandbein, sage ich jetzt mal, bietet dir natürlich auch Sicherheit. Also auch wenn du nicht zu 100 Prozent sagen kannst, es kommt der und der Betrag monatlich auf dein Konto, ist es natürlich ein schönes zusätzliches Einkommen, welches sich auch ganz hervorragend zum Vermögensaufbau anbietet. Das heißt, wenn dieses Geld reinkommt, dann kannst du es quasi nehmen und kannst es direkt für deinen Vermögensaufbau weiterverwenden. Der nächste große Vorteil ist die Freiheit. Das heißt, dieses Einkommen, für das du ja keine direkte zeitliche Gegenleistung erbracht oder erbringen musst, bedeutet ja auch für dich mehr Freiheit und Freizeit, die du zum Beispiel mit der Familie verbringen kannst oder für Hobbys nutzen kannst. Und auch die Freiheit, dank passiven Einkommen eben selbstbestimmter arbeiten zu können, weil du vielleicht eben deine aktive Arbeitszeit im Rahmen der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums zurückschrauben kannst, darf natürlich nicht unterschätzt werden. Ja, was sind denn jetzt gute Möglichkeiten, um passives Einkommen zu generieren? Also womit kannst du passives Einkommen erwirtschaften? Grundsätzlich gibt es eine Menge Möglichkeiten, passives Einkommen zu erwirtschaften. Ich möchte dir hier aber nur die drei interessantesten Möglichkeiten für Online-Unternehmerinnen nennen. Darüber hinaus gibt es auch noch jede Menge weiterer Arten. Du brauchst einfach nur zu googeln, denn mit den Jahren wachsen auch die Möglichkeiten, passives Einkommen zu generieren. Ob das immer alles so ganz koscher ist, sei mal dahingestellt. Es gibt da mit Sicherheit auch Möglichkeiten, zu denen ich dir nicht unbedingt raten würde. Aber die drei, die ich hier nenne, auf die kannst du auf jeden Fall zurückgreifen. Die erste Möglichkeit für passives Einkommen ist das sogenannte Affiliate-Marketing. Das ist übrigens was, wo ich mir am Anfang meiner Selbstständigkeit dachte, das mache ich nie. Warum sollte ich für jemand anderen Werbung machen, für seine Produkte? Davon bin ich ein bisschen abgekommen. Denn wenn du eine Website hast, also zum Beispiel mit Blog oder YouTube-Kanal oder auch Social-Media-Kanäle, dann kann eben dieses Affiliate-Marketing eine gute Möglichkeit für passives Einkommen sein. Denn da machst du zwar Werbung für das Produkt oder die Dienstleistung einer anderen Person. Du empfiehlst die zum Beispiel in deinen Newsletter-Leserinnen, sprichst auf Instagram darüber, oder du kannst auch in deinem Blogartikel auf das Produkt oder die Dienstleistung des oder der anderen hinweisen. Und wenn dann eben jemand über deinen personalisierten Link, den du zuvor bekommen hast, kauft, dann bekommst du eine Provision in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes vom Angebots- oder Produktverkaufspreis. Und wichtig dabei ist eben, oder damit es auch sinnvoll ist, ist, dass die von dir beworbenen Produkte zu dir und deinem Business passen, ohne aber, dass sie deine eigenen Einkommensquellen beschneiden. Also du solltest natürlich nur Produkte empfehlen, die du kennst, die du selbst gut findest, die du auch selbst nutzt oder nutzen würdest, um eben deine Glaubwürdigkeit zu erhalten. Und hier hast du die Möglichkeit, dass du eben aktiv zwar dieses Produkt empfehlen musst, ich würde es dabei auch nie übertreiben, aber du kannst es natürlich erwähnen. Aber der Aufwand ist natürlich sehr viel kleiner, als wenn du selber ein Angebot, dein eigenes Angebot bewerben solltest. Im Gegenzug übrigens an dieser Stelle kannst du dir natürlich bei der Erstellung deiner Produkte auch überlegen, ob du andere darum bittest, ja, dein Affiliate zu werden und Werbung für deine Produkte zu machen. Ich wollte noch irgendwas sagen zum Affiliate-Marketing. Das ist mir entfallen. Also, wenn du mein Newsletter liest, dann gibt es ja in meinem Newsletter, ich verlinke den auch unten in den Shownotes nochmal, falls du noch nicht zu meiner Newsletter-Community gehörst. Aber ich habe ja in meinem Newsletter fast immer einen Blog drin, wo ich Tipps gebe zu kostenfreien oder kostenpflichtigen Angeboten meiner Kolleginnen, weil ich die einfach gut finde, weil ich sie gerne supporten möchte, weil ich sie mag, weil sie mir wichtig sind. Und natürlich sind da auch manchmal Affiliate-Marketing-Links dabei. Was ich super wichtig finde, ist, da total transparent zu sein. Das heißt, ich versehe diese Affiliate-Marketing-Links mit einem Sternchen und ganz unten im Newsletter steht, hierbei handelt es sich um einen Affiliate-Link. Wenn du über diesen Link kaufst, dann ändert sich für dich am Preis nichts, aber ich bekomme als Dankeschön eben, ja, ein kleines Goodie, in welcher Form auch immer. Und ja, am Anfang fand ich das immer so ein bisschen komisch, wenn ich das gelesen habe bei meinen Kolleginnen. Inzwischen finde ich das aber vollkommen okay, aus den vorgenannten Gründen. Es gibt einfach coole Angebote von Kolleginnen, über die ich auch gerne sprechen möchte. Und natürlich freue ich mich dann, wenn über meinen Link gekauft wird und wenn ich vielleicht irgendwie 100 oder 200 Euro im Monat einfach dadurch verdiene, dass ich ein Produkt, welches ich zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent selber genutzt, also selber gekauft und selber genutzt habe, weiterempfehle, ja, dann freue ich mich einfach über dieses kleine, mehr oder weniger leicht erworbene Zubrot. Genau, also das zu den Affiliate-Links. Nächste Möglichkeit für passives Einkommen sind natürlich, das ist der Klassiker, Online-Kurse und digitale Produkte. Also, wenn an passives Einkommen im Online-Business gedacht wird, dann geht es in der Regel um Online-Kurse oder auch E-Books. Und wenn das gut aufgesetzt ist, das Ganze, dann spült es dir im besten Falle eben ohne viel Zutun dauerhaft Geld in die Kasse. Auch hier ist aber nicht zu vergessen, dass man natürlich einen Online-Kurs zunächst erstellen muss. Ja, das heißt, er muss konzipiert und erstellt werden, die Videos müssen gegebenenfalls gedreht werden, die Präsentationen müssen erstellt werden und danach muss er ja auch noch vermarktet werden. Also, bevor sich ein Online-Kurs passiv verkauft, musst du natürlich erstmal aktiv dafür sorgen, dass dieser Online-Kurs ja in der Welt erscheint und dass auch Menschen davon Kenntnis erlangen können. Ja, im besten Falle führst du auch noch, bevor du den Online-Kurs ja tatsächlich launch, beziehungsweise ihn als passive Einkommensquelle automatisiert vertreibst, führst du diesen Online-Kurs auch noch in einer Beta-Version live durch, um ihn bestmöglich zu entwickeln und zu erproben. Und das alles bedeutet natürlich erstmal jede Menge aktive Arbeitsleistung, ja, von teilweise nicht geringem Aufwand. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr gerne vergessen wird und was auch mir zum Beispiel nicht so klar war, als ich einen Pinterest-Selbstlern-Online-Kurs erstellt habe. Ja, wie viel Arbeit das tatsächlich ist, bevor der überhaupt erstmal, ja, das Licht der Welt erblickt. Wenn das dann aber entsprechend erstellt wurde und vermarktet wurde mit allem Drum und Dran, dann kann hier natürlich eine tolle passive Einkommensquelle entstehen, aber das ist eben nicht einfach mal so passiert, sondern nach einer Menge Arbeit, die du zuvor geleistet hast. So, und dann gibt es noch die weitere Möglichkeit, nämlich standardisierte Produkte. Wenn du als Expertin in einer bestimmten Nische unterwegs bist und deine Produkte bisher nur aktiv angeboten hast, dann überprüf doch einfach mal, ob sich hier nicht auch passives Einkommen erzielen lässt. Also ob du zum Beispiel als Fotograf deine Bilder auch auf Plattformen für Stockfotos anbieten kannst oder ob du sonstige Bilder als Postkarten oder Plakate verkaufen kannst oder ob du vielleicht ein Buch schreiben und über Amazon vertreiben kannst. Du kannst auch als Beispiel Website-Themes oder Plugins erstellen, wenn du da das technische Know-how hast. Oder du kannst auch bezahlten Audio-Content erstellen, wie zum Beispiel Meditationen. Ich könnte zum Beispiel eine, sagen wir mal, Audio-Reihe machen mit bestimmten Tipps zum Online-Marketing. Und dann gäbe es vielleicht Audios oder Videos, müsste man dann überlegen, die ich aufnehmen würde oder könnte. Und da würde ich dann eine fünf- oder siebenteilige Reihe draus machen und könnte es für kleines Geld verkaufen. Bei mir gibt es ja so viel kostenfrei, also sowohl auf dem Blog als auch im Podcast als auch im Newsletter, dass es eigentlich geschickt wäre, da mal drüber nachzudenken, ob man das eine oder andere eben nicht zu einem kleinen standardisierten Produkt machen kann. Da sollte ich unbedingt mal drüber nachdenken. Naja, und jetzt kommt noch ein Zusatztipp, der mir auch ganz, ganz wichtig ist, nämlich Altersvorsorge. Und dann denkst du so, was hat denn Altersvorsorge jetzt mit passiven Einkommen zu tun? Naja, also, du kannst natürlich, gerade als Selbstständige oder Unternehmerin, ist Altersvorsorge ja ein ganz besonderes Thema. Und da gibt es eben die Möglichkeit, zum Beispiel durch Investitionen in Wertpapiere passives Einkommen zu erzielen. Das heißt, hier denke ich eben nicht dran, dass du irgendwelche Produkte verkaufst, standardisierte Produkte oder Online-Kurse oder E-Books oder whatever, sondern dass du tatsächlich investierst in Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere. Und du kannst ja, also beim ETF geht es ja darum, dass du bestimmte Anteile an Unternehmen kaufst und wenn die dann gewinnbringend wirtschaften, dann entsteht passives Einkommen durch die Dividende, die dann ausgezahlt wird. Und inzwischen, und das finde ich relativ cool, sind bei ETFs auch Sparpläne möglich, sodass du kein Startkapital von 5.000 oder 10.000 Euro benötigst, um direkt in Aktien investieren zu können. Wichtig dabei, und Achtung, ich bin kein Aktienprofi. Wenn ihr einen Aktienprofi braucht oder jemanden, der sich mit ETFs auskennt, verlinke ich euch in den Shownotes die Elli Fiege. Das ist eine Kundin von mir, die kann ich euch empfehlen, wenn es rund um ETFs geht. Wichtig ist, du solltest keine Konsumschulden haben, bevor du Geld in Aktien anlegst. Also erst Konsumschulden abbauen, ein kleines Polster aufbauen und dann Geld in Aktien anlegen. Genau. Und diese ETFs, das ist auch noch ganz wichtig, das hat nichts mit kurzfristigen Anlagestrategien zu tun, sondern da geht es wirklich darum, über mehrere Jahre einfach Geld zur Seite zu legen, was dann eben zu passiven Einkommen führen kann. So, ja, was sind denn die Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen, die passives Einkommen erbringen können? Also die sich für das Generieren von passiven Einkommen eignen. Wichtig ist, dass das Produkte sind oder Dienstleistungen, die vielfach oder unbegrenzt verkäuflich sind. Und du solltest immer unbedingt darauf achten, dass ein geringer Aktualisierungsaufwand besteht. Vor allen Dingen natürlich bei digitalen Produkten wie Online-Kursen zum Beispiel. Also das war auch was, was mich ordentlich angezipft hat. Wenn ich, als ich den Online-Kurs für Pinterest erstellt habe, ich sage jetzt mal, das hat alles in allen vier Wochen gedauert, um irgendeine Zeit zu nennen, dann hätte ich fast nach diesen vier Wochen wieder vorne anfangen können, weil sich zu dieser Zeit, und ich glaube, das ist immer noch so, bei Pinterest einfach so unglaublich viel geändert, hat, dass ich, wenn ich hinten fertig war, quasi vorne wieder anfangen musste. Also achte darauf, dass es sich um Themen handelt oder Produkte oder Dienstleistungen, die einen geringen Aktualisierungsaufwand haben. Schön wäre es natürlich auch, wenn du eine geringe Konkurrenz hast bei dem Thema, zu dem du passives Einkommen erwirtschaften möchtest, dass der Vertrieb automatisierbar ist. Das ist in der Regel bei digitalen Produkten völlig unproblematisch. Und eben, das passt so mit dem Aktualisierungsaufwand zusammen, dass es sich bei einem Produkt oder einer Dienstleistung handelt, die zeitlos ist. Ja, ein Evergreen quasi. Und auch wichtig, dass keine 1 zu 1 Betreuung notwendig ist. Denn, und das ist ja jetzt quasi der Rückschluss aus allem, was ich bis jetzt gesagt habe, sobald 1 zu 1 Betreuung notwendig ist, ist es natürlich kein passives Einkommen mehr, sondern du verkaufst ja Zeit gegen Geld. Klingt hart, ist aber so. Also, Fazit dieser Episode. Passives Einkommen klingt vor allem dann nach einer Lüge, wenn nicht mit erwähnt wird, dass dafür zunächst eine mehr oder weniger große aktive Arbeitsleistung erforderlich ist. Und diese kann natürlich unterschiedlich groß ausfallen, ist aber dennoch immer notwendig, um den Einkommensstrom aus passiven Einkommen starten zu können. Und passives Einkommen zu erzielen, hat aber auch insbesondere den Vorteil, dass du eben nicht mehr Zeit gegen Geld rechnen musst. Und ein zusätzlicher Verdienst auch dann möglich ist, wenn du kein Zeitinvest einbringst. Und aus diesem Grunde ist es meiner Meinung nach auch immer eine gute Idee, die Möglichkeit passiven Einkommens irgendwie ins Auge zu fassen, ja, und sich über entsprechende Einkommensquellen Gedanken zu machen. Und wenn du dir Unterstützung hierbei wünschst, dann kannst du mich natürlich wie immer super gerne per E-Mail ansprechen, über info at silkeschönweger mit oe.com oder aber du kommst in mein Zehn-Wochen-Programm Alles im Griff, welches wieder Anfang nächsten Jahres startet. Da stelle ich dir auch den Link zur Warteliste in die Shownotes. Und auch da sprechen wir natürlich über die Möglichkeit des Ermittelns einer passiven Einkommensquelle. So, und jetzt bleibt mir nur noch dir ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, zu sagen, wann immer du Anmerkungen, Wünsche, Anregungen hast zu diesem Podcast, lass es mich super, super gerne wissen. Trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein. Da bekommst du immer die allerneuesten Infos rund um meinen Content, Marketing-Tipps, Neues von mir, spannende Geschichten aus meinem Leben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil meiner Newsletter-Community wirst. und oder, am liebsten und natürlich, wenn du diesen Podcast bewertest, mir bei Spotify zum Beispiel ein paar Sternchen schenkst. Da freue ich mich sehr darüber. So, und jetzt wünsche ich dir noch alles Gute und eine schöne Restwoche. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Mach's gut, deine Silke Schönweger. Mach's gut, deine Silke Schönweger.